Sieht doch nicht schlecht aus, oder? Oder bin ich zu hoch? Ich weiß es nicht. Ich lege jetzt mal los. Herzlich willkommen, meine lieben Waynes. Zum Frühshoppen diesmal aus dem Auto, weil ich... Ich dachte, die kenne ich. Weil ich keine Zeit haben werde, mich extra irgendwo hinzusetzen. Ich war gestern zum Aquafitness seit, ich würde sagen, einem Jahr, mindestens einem Jahr mal wieder. Und zwar beim Drill Sergeant, bei... Ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Ich kenne sie schon jahrelang. Und die ist die beste Aquafitness-Frau der ganzen Welt, muss ich so mal konstituieren. Ich weiß gar nicht, ob ich wieder so brüllen muss, weil der Ton so schlecht ist. Ja, super war meine Freundin Turtle, die ihr ja aus meinem Niederrhein-Follow-me-Arounds kennt. Die war mit und die hat mich in Köln besucht, weil sie einen Termin sowieso geschäftlich hier hatte. Und dann waren wir zusammen da und das hat voll Spaß gemacht. Und wir waren hinterher noch im Sohlebecken draußen im Warmen und haben gequatscht. Und dann war ich erst um kurz nach zehn zu Hause, irgendwie um elf, halb zwölf, dann erst im Bett. Und heute Morgen hat der Wecker auch schon wieder in der Früh geschrillt. Ne, der schrillt ja nicht. Ich wache ja immer ohne Wecker auf. Aber der in meinem Kopf, das ist, ich weiß nicht, es gibt ja so verschiedene Formen von Aquagymnastik, Aquajogging, Aquafitness, hast du nicht gesehen. Und dies ist eine Form, die findet im tiefen Turmspringbecken statt, also ohne Bodenkontakt. Und das Turmspringbecken, wer Turmspringen praktiziert oder als Kind praktiziert hat, weiß, die Turmspringbecken sind eisekalt. Die sind also nicht groß so warm geheizt wie die normalen Schwimmerbecken, wobei die normalen Schwimmerbecken auch schon kalt sein können teilweise. Und die Herausforderung bei diesem, ja, im ganz tiefen Wasser ist, oder was halt besser ist, ist, dass die Muskeln viel mehr gefördert werden, die so die Balance und die Koordination auch beinhalten, dafür verantwortlich sind, was auch immer. Genau. Es wurde ein Zirkeltraining gemacht. Das ist also, wie gesagt, ist die beste Aquafitnessfrau, der Drill Sergeant, nenne ich sie immer. Und ich war jetzt zum ersten Mal ja seit meinen, jetzt seit ich zwei neue Knie da habe und es war schon am Anfang sehr, sehr ungewohnt. Also mit künstlichen Knien ist man doch etwas vorsichtiger und muss es auch sein, denn, ja, da kann nichts mehr so verheilen, wenn was kaputt geht quasi. Dann ist es kaputt und muss ersetzt werden. Aber Aquafitness ist natürlich super, gerade für die Knie und gerade auch ohne Bodenkontakt und deshalb mache ich es auch. Und das ist so eine Mischung zwischen, ja, ich würde sagen, Ausdauer und Muskelaufbau. Und das war teilweise richtig lustig, ne. Das waren ungefähr, ich würde sagen, 20 Leute und die mussten sich an beiden Beckenrändern verteilen und dann wurde da immer eine Übung gemacht mit Handeln oder was auch immer. Und dann musste man mit Highspeed durchs Wasser auf die andere Seite zu den jeweils anderen und die jeweils anderen auf die Seite, wo man vorher war, wechseln. Und dann wieder, ja, mit irgendeinem Gerät Vollpower geben. Und Leute, ich hätte es wissen müssen. Jedes Mal, wenn ich etwas längere Pause Aquafitness mache, werde ich jetzt nicht mehr machen werden. Ich werde jetzt wieder öfter gehen. Auf jeden Fall, normalerweise jedes Mal, wenn ich mal eine etwas längere Pause gemacht habe und wenn ich dann beim Drill Sergeant war, habe ich eine furchtbare Nacht durchlitten. Und so auch diesmal. Ich habe noch nichts Böses geahnt, als ich in Bett gegangen bin. Bin auch eingeschlafen. Aber ich glaube, ich habe nicht lang geschlafen, denn der Jochen war noch nicht im Bett, als ich dann wieder aufgewacht bin. Und dann habe ich gedacht, mir wollen irgendwelche Nachtgeister meine Arme ausreißen, meine Arme verdrehen. Ich habe so Schmerzen in beiden Armen gehabt. Nicht Muskelkater. Ich kenne ja Muskelkater. Muskelkater fühlt sich anders an. Das habe ich wirklich irgendwie, vielleicht auch eine besondere Form vom Muskelkater, die ich nicht kenne. Keine Ahnung. Auf jeden Fall fühlt sich das so an, als wenn mir nachts meine Gelenke rausgedreht werden sollen und die Arme rausgerissen werden. Und dann bin ich immer wieder kurz eingedöst, dann wieder aufgewacht. Eingedöst, aufgewacht. Und dementsprechend bin ich heute so, 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 so müde. Ich habe jetzt heute Morgen eine Schmerztablette genommen, nehme ich ja jeden Morgen. Und die hat jetzt diese Armschmerzen auch vertrieben. Und ich glaube, jetzt könnte ich selig, selig schlafen. Mann, Mann, Mann. Das ist schon ganz schön heftig, wenn man morgens um sieben aus dem Haus geht und erst abends um nach zehn wieder zu Hause ist. Also das ist schon heftig. Das könnte ich nicht öfter machen. Ich brauche ja auch immer viel Zeit für mich. Eieiei. Eieiei. Ich habe ja am Wochenende so viel zu erledigen. Ich habe nichts vor, aber viel zu erledigen. Und das reicht mir auch. Noch ein kurzes Weight Watchers Update. Es geht langsam, aber sicher. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ich nehme stetig ab. Ich nehme nicht viel ab. Aber in stetigem Maße und sind zwischendurch auch immer wieder kleine Spitzen nach oben, wo ich ein paar Gramm zugenommen habe. Aber im Großen und Ganzen, wenn man sich die Entwicklung über die Monate ansieht, haben wir eine Sonne nach unten Kurve. Und das macht mich ganz glücklich. Also es muss gar nicht so schnell gehen. Ich habe ja keine Eile. Werd ja nicht verfolgt. Leute, ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Sonntag. Genießt ihn. Sieht ja regnerisch aus, die Wettervorhersage. Und ich glaube, es wird auch regnen. Ich muss mal gucken. Ich hoffe, wenn ihr dieses Video guckt, habe ich alle meine Sachen schon erledigt. Aber wie ich mich kenne, erst die Hälfte. Und dann sehen wir uns am Mittwoch wieder. Und da zeige ich euch ein Food Diary, Weight Watchers Food Diary über vier Tage. Mittwochabend, 19 Uhr seid ihr dabei. Und dann fahre ich jetzt mal auf die Autobahn und guck mal, dass ich hier auf die Arbeit komme. Wer schon abgeschaltet hat Pech gehabt, hier bin ich wieder für die, die immer bis zur letzten Sekunde gucken. Stau! Ich habe gedacht, ich könnte durchrutschen, denn in letzter Zeit kann man immer so schön fahren, seit die die Autobahnen ausgebaut haben. Aber nix. Gerade fuhr auch schon Polizei hier links vorbei. Ich habe auch schon versucht, meinen Kollegen auf der Arbeit zu erreichen. Oder besser nicht auf der Arbeit, sondern auf dem Handy. Der geht nicht ran. Vielleicht hat der den Stau ja verursacht. Wäre ja mal was Neues. Und eigentlich habe ich heute früh. Das heißt, ich kann relativ früh Feierabend machen. Wenn ich aber jetzt hier meine Zeit hier in einem Stau vertue, dann kann ich ja nicht früh abhauen. Das geht ja nicht. Ja, warte ein Kack hier, ey. Wenn ich nach Hause komme, heute Mittag lege ich mich glaube ich erst mal hin, wenn ich dann immer noch so müde bin. Ich weiß es nicht. Mann, hier quetscht es sich. Das kann doch nicht sein. Nein. Naja, aber ich bin ja ruhig und gelassen und mache mir jetzt ein Radio an und entspanne mich dann mal ein bisschen. Eigentlich müsste mein Kollege im selben Stau stehen. Deshalb wundert mich, warum der nicht am Telefon geht. Vielleicht ist er aber auch schon auf der Arbeit. Man weiset nicht. Um 8 Uhr kann ich mal auf der Arbeit anrufen. Ja, jetzt sind wir schon mal wieder schön eine halbe Stunde unterwegs, ohne vorwärts zu kommen. Ah, da ist er. Bist du im selben Stau wie ich? Ja. Haha, wo bist du? Welche Höhe? Ähm, irgendwo hinter... kurz hinter Köln-Ost, bei dieser Brücke. Da bin ich auch. Wo bist du? Ich guck mal rechts und links. Ich bin ganz links. Ganz links? Siehst du da diesen... Ja. Siehst du mich? Ne. Da ist ein orangener Baumpflege Bollmann. Nö. Ne? Haha, wir sind auf gleicher Höhe. Ich lach mich schlapp. Weißt du, was da passiert ist? Ne, ne? Doch, da sind wohl zwei LKWs aneinander gefahren. Nein, das heißt, das dauert ewig. Ja, und gerade haben sie gedacht, das dauert bis zu einer Stunde länger. Was? Ja, bis zu einer Stunde länger, weil die wohl auch irgendwie Farbe oder sowas verloren haben, auch auf der Straße. Geil! Ich erinnere nur an... Die letzte Straße hier wird jetzt irgendwie umgeleitet, auch einspurig. Ich erinnere nur an neun Stunden Domburg. Ja, siehst du. Ich bin hier jetzt... Ich bin jetzt mit großen, großen Dingen. Hier, wir reparieren und reinigen auch ihren LKW. Ah, ne, ich fahre jetzt gerade bei Ost auf. Ach so, du bist schon raus. Ne, ich bin schon weiter hinten. Ach, du bist schon weiter hinten. Ne, ich fahre gerade auf. Also, ich bin noch auf der Zubringerspur, ich bin noch nicht auf der Hauptspur. Da kommt von hinten jetzt gerade der nächste Rettungswagen. Rettungswagen. Ja, ja. Rettungswagen. Ja, ja. Das gibt Spaß. Ich habe keiner vorbei. Ja. Hörste? Juuu. Ja, Motorrad. Jawohl. Ja, super. Ja, rufen wir mal Bilal an. Der ist bestimmt früh da, ne? Ja, ich mache es gar von aus, ja. Rufst du an, soll ich? Mein Telefon spinnt. Ja, ich rufe den mal an. Ja. Alles klar. Ja. Okay. Juuu. 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 Habt ihr das gehört? Bestimmt. Eine Stunde. Juuu. 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 Eine Stunde her, Leute. Eine Stunde kann ich euch nicht unterhalten. Ich habe nichts mehr zu sagen hier. Ich reime mich jetzt mal in die, in die Hauptspur ein und dann, warten wir mal ab.